Ihr stellt eure Scheiße auf Youtube und sonst wo hoch, dann kann ich ja wohl auch mal filmen, oder? Naja, wenn du der Meinung bist, bringt dir bloß nichts. Das Inge macht ist kriminell und ist verboten. Ja und du? Ja und du? Fragen ist bloß wie ein Juck, leider. Ja und du? Oh, Junge. Oh, Junge. Nice. Oh, Junge. 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 Das Faktor macht das Fisch so ein bisschen Sinn, ja? Du kommst viel besser auf Leistung. One foot, yeah! Was? Guck doch mal da hoch, Junge! Wichser! Guck! 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 Einer sehen, was wir sehen, dass wir alle filmen. Und Einer sehen, dass wir alle sehen, was wir sehen. Guck! Bitte? Was? Was? Was findest du? Wie soll ich das sehen? Du bist das Erledigern und Kriminell. Ihr stellt eure Scheisse auf Youtube und sonst wo. Kann ich aber auch noch sehen, oder? Ja, wenn du der Meinung bist. Ich hab was mit. Was ich gemacht habe, ist Kriminell und verboten. Wann? Was? Fangen wir bloß, wen juckt es? Die Polizei juckt es schon. Die Polizei! Wahrscheinlich! Die Polizei juckt es nicht. Guck mal, ich scheiße das Brust und unser Fressen sieht es sowieso nicht. Ich weiß nicht, mir knackt jetzt. Mir ist die rechtliche Lage schon sehr gut. Ja. Aber... Irgendwann kriegt sie euch. Ich muss eine lange Zeit warten. Ja. Scheiße, was ihr macht. Ihr macht ihr, es verstört jetzt voll die Natur. Es gibt ja überhaupt nichts von eurem Umfeld passiert. Es ist so egal, ob diese Leute... Es ist wie doch scheiße hier, ob das kaputt geht oder nicht. Weil du total dumm bist, du Fresse. Weil du das nicht checkst, was du hier machst. Was hast du gesagt? Weil du dumm bist, weil du nicht checkst, was du hier machst. Du bist bescheuert, Alter. Ich bin nicht bescheuert. Na klar. Du hast zumindest den Anspruch, dass die Natur, in der ich lebe, irgendwie einigermaßen intakt bleibt. Ja, Junge, dann meld die bei der Forst, die ballern hier auch drüber und kaputt. Ich hoffe nicht in der Forst melden. Ich kann auch so viel sein, ohne mich bei der Forst zu melden. Na ja, dann geh mir nicht auf den Sack. Ich geh nicht auf den Sack, weil du machst es illegal und kriminell. Okay? Ja, kein Problem. Dann sehen wir uns mal wirklich, Frau Gerät, Alter. Du bist doch nicht mehr weg drin. Ey, was sagst du denn, wer du bist eigentlich? Ich frag mich, wer du bist. Ja, das kann dir scheiß egal sein, wer ich bin. Ja, dann kann dir doch egal sein, wer wir sind. Nee, das kann mir nicht egal sein, weil ihr zerstört meine Umwelt, okay? Wohnst du hier im Wald, oder was? Nein, da gibt's denn noch betongepflasterte Scheiße. Der keilt die jetzt an. Keil? Ich keil die jetzt an. Ich hab verstanden, ich knall die jetzt an. Ich wollte jetzt in den Fahrrad fahren. Er hat mein Rad verbiegen. Ich hab diese Schwurenpisse mit ihren Stöckern immer, Alter. Was ist denn mit dir? Wir gehen selten, Leute, Kinder, Partiergänger und es ist verboten. Ja, aber ich bretter hier ja nicht lang. Ja, was ist die Hund? Ich fahr ganz normal hier lang. Ich fahr einfach nur nach Hause. Gehst du denn hier, wenn ich denn an die bretter? Ja, die hören aber nicht zu mir. Ja, das ist ja gut. Ja, ich trau ihnen trotzdem nicht. Sie haben die Knüppel in der Hand. Ja, wenn du's in den Mund? Schmeißen sie ihn weg. Schmeißen sie in das Wasser. Nee, der Hund spielt damit. Den verhaltig machen. Ja, dann spielen sie noch mit dem Hund. Oh, Mann. Ich spiele ihn gleich mit dem Hund. Alles blöde.